Die sich ihr angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die gut gepflegte Dachgeschosswohnung befindet sich im Kreis Kochenzell. Das Objekt verfügt über zwei Schlafzimmer und einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Bei einer Wohnfläche von ca. 55 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Dachgeschosswohnung auf 290 Euro. Immobilien Weltermann EK steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017